Kaspar, was geht ab? Heute spielen wir, drücke nicht den Knopf. Und er hat den Knopf gedrückt, er hat den Knopf. Er hat den Knopf gedrückt, was müssen wir machen? Ey, wir müssen schnell ein Tor schießen. Ey, warte, hier, wohin denn? Ey, wir müssen ins Tor damit. Da, in die Richtung. Ich spiel rüber, ich spiel rüber. Ja, andere Richtung. Nein. Wo schießt du hin? Ey, jetzt ja genau in die Richtung. Oh mein Gott, der Ball hat rottet, der Ball ab. Keiner hat gewonnen. Ey, Leute, lasst euch gerne ein Like und Abo oder wenn ihr mehr von drücken, ich den Knopf sehen wollt mit Kaspar und dreht einfach auf die Glocke bei uns beiden. Denn es kommen nämlich täglich Roblox-Folgen jeden Tag. Und jetzt müssen wir hochspringen. Oh mein Gott. Einfach so ein... Oh, schnell. Der Fluss Lava. Pass auf, der Boden ist Lava gleich. Ich glaube auch. Oh Gott. Oh Gott. Die fallen nicht mehr runter, fallen nicht mehr runter. Kann ich das den Baum hoch? Ich kann den Baum, ne. Ich kann den Baum nicht hoch. Oh mein Gott. Checkt, ob ihr noch mal Merch aus freuen wollt, wenn ihr auch nicht von der Lava getroffen werden wollt. Und ja, fragt gerne eure Eltern. Und ja, weiter geht's mit dem Video. Ja, wir haben die Lava überlebt. Sehr schön, sehr gut. So, soll ich mal jetzt den Knopf drücken, Kaspar? Mal gucken, was passiert, wenn ich die drücke. Okay, mach mal. Probier mal. So, und gedrückt. Warte. So, ich hab gedrückt. Jetzt geht er wieder runter. Hier. Speedrun, müssen wir hier loslaufen. Stimmt. Die Mucke. Ey, das geht ja voll ab jetzt hier. Boah, warte. Und? Hey, warum bist du so schnell? Yo, Broxo. Boah, du hättest das einsammeln müssen da. Nein. Du bist noch rübergesprungen. Nein. Schaffst du es trotzdem? Nein. Was, wenn du es nicht schaffst? Was, wenn du es nicht schaffst? Ich darf, warum muss da nicht rüber springen? Ey, du hast als Einziger gewonnen mit irgendeinem anderen. Was hast du denn für ein Glück gehabt? Hä? Huh? Huh? Wow. Wo sind wir gelandet? Das ist ein riesiges Labyrinth, glaube ich. Oh, das ist ein Kruse-Labyrinth, Kasper. Wir wollen hier links rum. Denkst du, geht es richtig lang? Ich hoffe, ja, ich hoffe es. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich guck mal hier vorsichtig. Ist hier irgendwer? Okay. Der eine springt hier schon um die Ecken. Ich glaube, hier soll das dann richtig sein. Er fühlt sich ziemlich sicher. Er fühlt sich echt ziemlich sicher, ne? Ja. Hier ist das Ziel. Hier ist es. Denkst du, das ist das eine? Wir sind das Einzige geschaffen. Ja. Ich sag nicht. Oh, und? Ja, aber doch. Doch, doch, doch. Ja, wir haben es geschafft. Alles gut. Was ist jetzt los? Jet Skis, Alter. Jet Skis. Ey. Okay, ich schnapp mir hier das schwarze Jet Ski. Ich nehme den hier. Zeig mal her, hier. Nien. Nien. Falt die Richtung, Kasper. Hau rein. Ich hol dich noch rein. Ey, warte mal. Da rechts ist auch noch so eine Insel oder so, ne? Ah, das ist unsere Insel. Ey. Das ist unsere Insel, ja. Die rauben dich voll weg hierher. Die rauben mich echt voll weg. Ja. Ich weiß schon. Wie lange haben wir noch? Ich weiß es nicht. Wofür hast du das hin? Los. Und? Komm schon noch an die Flagge. Und? Ich bin jetzt hier reingefahren. Ich auch. Ich hab's gesehen. Du bist mit den Jets reingefahren. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt musst du mal den Knopf drücken. Ich will mal wissen, was passiert, wenn du den Knopf drückst. Okay, pass auf. Du musst dich beilen. Wenn er direkt rauskommt, kannst du draufdrücken. Ich drück. Ich hab die Knopf schon. Okay, sehr gut, sehr gut. Tornado. Du hast ein Tornado herbeschworen. Ah. Kasper. Ey, der Tornado, der holt die alle. Laufschirr weg. Tornado-Alarm. Oh. Geht der hin? Kasper, lauf. Ausweichen hier. Ausweichen. Kasper. Ja. Warum hast du denn ein Tornado herbeschworen? Oh, der ist voll schnell. Ey. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, diese Sirenen. Oh, hier sind noch ein paar Coins. Ein paar Coins noch hier einsammeln. Einsammeln, einsammeln. Ey, oh, wir haben es geschafft, Alter. Ey, was holst du denn auch ein Tornado einfach her? Was soll das denn? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab einfach draufgedrückt und dann kam er auf einmal. Guck mal, dann hol ich jetzt auch was Cooles her. Außer, das ist halt diese hier, die, die klaut mir was. So. Wir können wieder laufen. Was ist da? Speedrun Nummer zwei. Ah, schon wieder Speedrun. Jetzt vergiss nicht, darüber zu laufen. Diesmal vergesse ich das nicht. Glaub mir, das vergesse ich nicht. So, hier und. Sehr gut. Ey, nein. Alter, du hast es nicht geschafft. Ja, du hast nämlich auch nicht gesprungen am Ende. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es nicht geschafft. Hä, Alter, du es geschafft hast. Hä? Ich bin doch. Hä? Ich dachte, bei mir bist du gestorben. Ja, ich bin doch gestorben. Ich bin doch gestorben. Guck mal hier, was macht die jetzt? Warum hat die eigentlich so dicke Beine? Was ist denn jetzt los? Ich habe mich nicht erschrocken auf einmal. Ey, da sind Skelette. Okay, was geht hier bitte schon ab, Alter? Was ist hier los? Der tanzt ja fast so wie du. Kannst du auch so tanzen? Ja, ich kann es ja ausprobieren. Pass auf. Ich probiere es jetzt aus, okay? Wuppa. Aber ähnlich. Aber ähnlich. Nicht schlecht. Wuppa, wuppa. Oh, und zack. Tada. Oh, yeah. Aha. Aha, 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 aha. Ich drück gleich als nächstes den Knopf. Ich drück als erstes jetzt. Ich bin wieder. Yeah, ich habe gedrückt. Ich habe, glaube ich, oder? Ey. Oh, du wirst du auf. Hey. Oh, da bist du. Wow, ich tanze in der Luft. Ich tanze in der Luft. Wir sind im Weltraum. Hä? Kaspar. Bist du wieder runtergekommen. Ja, man, ist auch Schwerkraft. Yeah. Ach so. Oh, ich kann fliegen, Bergso. Ich auch. Endlich mal. Ja. Warte, bis du runterkommst. Ja, okay. Oh, dann kann man gleich sein springen. Oh, drück direkt springen, Kaspar. Oh, yes. Oh, Mann. Oh, ich habe extra gewartet. Und? Ja. Ja. Jo. Hä? Hä? Yeah. Was ist jetzt los? Wow. Wow. Wow, ein Dropper. Oh, nein. Ich habe den Stab berührt. Ey, ich bin hier runtergefallen. Ich habe den Stab berührt. Ehrlich? Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt, ja. Und hier geht es nochmal weiter runter. Ich habe es nicht geschafft. Ah, hier. Ich bin wieder bei der Stateninsel. Und das Ganze sind viele Coins für mich. Ja. Was? Als wenn da jetzt ganz viele Coins liegen. Ganz, ganz, ganz viele Coins. Da mache ich jetzt alle ein. Oh, yeah. Keiner nimmt sich hier die Coins. So will ich das sehen. Okay, jetzt darfst du von mir aus einmal drauf. Okay, wenn die natürlich nicht den Knoff drücken. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ich habe den Knoff gedrückt bekommen. Hä? Jo. Wir haben den Abschluss geschafft. Guck mal, ich habe einen Abschlusshut. Ja. Hey. Juhu. Ich habe... Hast du... Hä? Hast du die Schule geschafft? Ich habe es geschafft. Ich habe die Schule absolviert. Juhu. Juhu. Sehr gut, sehr gut. So muss auf jeden Fall ab. Ich bin jetzt Abiturient. Und... Ja. Ja. Jetzt rühre ich den Knopf als Abiturient. Ey. Oh. Nein. Das ist schnell. Oh, der erste, der oben ist. Ja, ich... Ich war ja sogar schon... Ey. 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 Der hat mich weggeschubst. Hat er mich auch weggeschubst? Ich habe einen riesigen Hammer hier. Achso, man konnte... Man konnte sich runterschubsen. Wie jetzt? Man konnte sich mit dem Hammer runter wegschießen. Ey, jetzt fliege ich ja noch. Wo fliege ich denn jetzt hin? Ich auch. Warte mal, ich mache mal Charakter zurückschießen. Ah, ich bin oben. Mann, ey. So, jetzt lassen wir mich mal ein bisschen drücken hier. Ja, guck mal. David hat einen Strichhelm möchte drücken. Drücke mal schnell. Ne, ich drücke, ich drücke. Und ich habe, ich habe... Hast du... Oh. Okay. Autoren. Okay. Ey. Ich bin erster. Ich bin erster. Nein. Hau ab jetzt. Ich nehme die engere Kurve. Ey. Ey, lass ich vorbei. Und ich drücke mal auf die Bremse. Lass ich vorbei. Ja. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Damit hast du nicht gerechnet. Ich habe nicht auf die Strecke geguckt. Ah, ha, ha. Ey. Ah. Nein. Karma. Karma. Oh mein Gott. Du hast so karma. Wie hast du denn bremsen können? Wie hast du denn bremsen können? Oh, er fällt runter. Ah, Junge. Ja. Er ist so durchgezogen. Ey, nein. Kasper. Okay, und... Oh. Oh mein Gott. Es wird nochmal knapp. Nein. Es wird nochmal knapp. Ich schaff's. Ich schaff's. Ja. Da ist er einfach erster geworden. Ey, wie der andere runtergefallen ist, Alter. Einfach durchgezogen. Einfach durchgezogen, der Typ. Oh mein Gott. Okay, Brox, du lässt mich mal wieder draufdrücken, ja? Drück du drauf. Kasper. Okay, warte. Pass auf. Trau dich das. Trau dich das. Ja, ich hab draufgedrückt. Ich hab draufgedrückt. Ja. Und? Was ist das denn? Aliens. Ufo. Pass auf. Hey, ey. Oh mein Gott. Er jagt dich. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er wischt da mich. Ey, so ein Riesen-Ufo. Oh, die Aliens kommen, Kasper, lauf, ey. Ich sammel dir das Geld noch ein. Ja, ja, ich sammel auch noch das Geld ein. Alles mitnehmen, was geht. Oh mein Gott, Alter, die Aliens kommen. Und die werden auch immer schneller, glaub ich, ne? Ja, ich glaub auch, ich glaub auch. Wir gehen einfach durch die Mitte. Oh mein Gott. Was? Okay. Oh Gott, ist schon wieder jemand draufgegangen? Jetzt ist die Frage. Soll ich, denkst du, wenn man da reingeht, wird man zum Alien? Ich glaub, dann stirbst du. Ich probier's aus. Pass nicht. Oh, no, 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 no. Jetzt schnapp ich mir aber hier den Knopf auf. Ganz entspannt. Okay, okay, mach du mal. Ja, ich hab ihn gedrückt. Oh, schnell, nein, die Lava schon wieder. Kasper, schnell hoch. Oh Gott. Ja. Okay. Kann man noch hochkirchen? Pass auf. Ey, guck mal, ich häng hier so komisch. Oh, ich fall hier fast runter. Hey, nein. Oh, nein. Gamerboy, drück nicht den Knopf. Jo, drück drauf, Gamerboy. Oh, hey. Wir sind Among Us. Äh. Wer ist, wer ist denn Posto? Ey, warte mal. Ach, das ist eins gegen eins. Ah. Oh, komm, warte, warte. Die hau ich weg hier. Komm, Broxo. Lass die weghauen, Digga. Lass die weghauen. Ey. Ey, sorry. Du hast mich weghauen. Der hat mich, die mal hat mich geholt. Der hat dich die mal geholt. Kasper, guck mal, ich hab mir einen Fidgetspinner gekauft. Warte mal, was hast du denn gekauft? Ich kann Fidgetspinnen. Ich hab mir einen Fidgetspinner gekauft. Guck dir den mal an. Zeig mal. Guck mal, was ich mir gekauft hab. Ui. Hä? Kostig gekauft hab. Ey, warum bist du so schnell jetzt? Ja, ich bin schneller als alle anderen. Pass auf. Ey, was soll das? Oh, guck mal, hier lag einfach ein Schwert rum. Was? Hä? Hä? Ey. Nimm da auch. Da liegt noch eins. Da liegt noch eins. Nimm dir das. Roman, ich seh das gar nicht. Hol dir das hier. Stimm da. Ich seh's ja jetzt erst. Hier, hol dir das. Ey. Ey. Yippie. Das hast du von dem Schwert. Es ist mein Fidgetspinner weg. Yo. Wie du da runtergerutscht bist, Alter. Ich hab so ne Mega-Rutsche gespawnt. Du hast echt ne Mega-Rutsche gespawnt. Ui. Ey. Hä? Da gab's Gewinner? Okay. Verrückt auf jeden Fall. Dann komm. Ich drück erst mal den nächsten Knopf. Oder drück du mal. Du hast dein Glück gehabt. Du mal. Okay, ich mach nochmal. Und? Dann. Ja, ich hab drauf gedrückt. Boah. Oh, was? Was ist das denn? Eine Regenbogentreppe. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn die Musik? Lauf schnell, kass mal übers Blaue. Nein, die ist vor uns. Warte, ich überhole sie. Doch. Hau ab. Ja. Ja, ich bin schneller als die. Ja. Nein. Jibbi, komm schon, komm schon. Ja, ich war vor ihr. Ich war vor ihr. Ich war auch vor ihr. Ich bin gleich mal gespawnt auf den Niederbord. Ich glaub, wir waren vor ihr, oder? Ey, du hast doch gesehen, dass ich erster bin. Was? Ich hab doch gesehen. Okay. Sehr schön. Aber jetzt war ich der Zweiter. Komm, jetzt drück ich mal den Knopf. Vielleicht hab ich auch genauso Glück wie du. Komm. Komm mal. Und? Ja. Oh, pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier? Hier kommen so Laserstrahlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Coins einsammeln. Oh. Hier es geht. Hä? Das zieht ja voll vorbei an der Insel. Das letzte Ding hier. Ja, auch gegen. Das ist voll Fail. Der Übel. Der Übel, Alter. Hier noch die Coins. Ey. Guck mal hier. Die machen alle. Ich tanze jetzt auch hier. Ey. Yo. Ey. Nehmen wir die Coins noch mit. Ja, schnapp dir auf jeden Fall die Coins. Das ist gut. So, Kaspar. Ja. Ja, sehr schön. Die sind sogar ganz oben gewesen. Sehr gut. Ja. Ja. Oh, ich hab nicht in den Kopf genug bekommen. Und aber. Wow. Der Speedrun. Okay, nochmal Speedrun. Diesmal schaffe ich den aber. Diesmal schaffe ich den aber. Oh, diesmal ist er auch ein anderer, ne? Oh Gott, der ist weniger. Ich muss hier echt vorbei. Ich muss auch so ein Slalom machen. Ja, ich hab's aber als Ziel geschafft. Ich hab's auch geschafft. Sehr schön. Ja. 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 Das war's auf jeden Fall von dem Rumlauss-Video gewesen sein, Freunde. Wenn's euch gefallen hat, lasst euch gerne ein Like oder ein Abo da. Schauen wir mal gerne mein Merch aus, Freunde. Link ist in der Beschreibung. Und checken wir mal noch die beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.